Weil Discord ist Discord, weil Discord Discord ist, weil wir sind ja schon auf Discord, Bro. Yo, was geht, Bro? Yo, Leon, da, mein Lieber. Ich bin Kevin, ich bin 30 Jahre alt, bin in Berlin, Polizeibeamter. Police it in, man. Ja, so, ich wollte dich mal fragen, du bist ja eine Weile jetzt außerhalb Deutschlands gewesen. Hast du so irgendwas gelernt, so, wenn du jetzt das nächste Mal länger Deutschland verlässt, so, was du anders machen würdest? Aber, ey, ich hätte jetzt auch mal eine Frage an dich, Bro. Was war so dein heftigstes Erlebnis bis jetzt? Dein Lied im Funkwagen, Digga, jeden Tag. Echt, ja, geil, Digga. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bitte zu Gott, bitte übernimmt Kontrollen. Hallo, Leon, hörst du mich? Hey, what's going on here, man? Freunde, das ist der liebe Jemmo hier, unser Moderator an der Stelle. Was geht denn ab? Was geht denn ab, Digga, alles gut? Digga, ich will hier das Problem hier lösen. Wie heißt der Typ? Nee, er hat leider nicht so viel Ahnung von Discord, Twitch und so. Da müsste man ihm jetzt mal bei helfen irgendwie, weißt du? Er hat das noch nie gemacht, Bruder. Keine Ahnung, was man da jetzt ihm sagen soll. Bruder, ich würde einfach sagen, der soll einen Discord einrichten, ne? Bin der Highest, der im Discord schreibt. Ich küsse deine Hölz, Digga. Ey, Discord ist schon cool, man. Sag Jungs, Mädels. Geil. Bro, eine Reaction aus deiner Community geht noch. Bro, machen wir ein nächstes Mal. Ich verspreche euch, ich mache ein Format daraus und dann werde ich Community Reaction. Wir nennen das Community Reactions und dann machen wir das zu den immer gleichen Zeiten, reagieren wir auf ein paar Songs von Jungs oder Mädels auch aus meiner Community. Aber Leon, Bruder, wie sollen wir das denn einrichten? Sollen die Leute das über Dings reinschicken, über Discord? Das machen wir. Weil die können jetzt nicht einfach so in den Chat reinschreiben, das ist ja amartig. Ja, 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 voll, voll, voll. Lass uns beide am besten privat nochmal darüber quatschen, wie wir es machen und dann sage ich das einfach im nächsten Stream, weißt du? Nein, mach mal so. Mach mal so. Jemmo, hast du da irgendwas auf dem Herzen hier für die Community oder willst du irgendwas fragen auch vielleicht oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Nein, Mann, ich wollte euch nur alle grüßen. Also ich sehe, dass ihr alle sehr, sehr, sehr nett seid heute. Ich war heute halt nicht da. Ich war gerade im Gym. Bro, war nichts los. Also war alles schön, Digga. Gab es keinen großen Shit hier im Chat. Anders als YouTube, ne? Ja, ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich denke mal, dass zum Streamen hier auf jeden Fall angenehmer ist für uns alle so. Ne? Ja, das Ding ist, Twitch ist halt wirklich, also abgesehen davon, dass es eine andere Plattform ist, da sind einfach auch ganz andere Leute unterwegs, weißt du? Ja. Bisschen älter, bisschen reifer. Ja, auch, die sind auch auf Twitch, um sich halt Leute reinzuziehen auf Live-Basis und so. Ist halt anders, also YouTube ist auch noch viel so Fast-Food-Content auch, weißt du? Vier-Minuten-Videos, fünf-Minuten-Videos. Du siehst es dir selber, Digga, das ist doch Ding, das geht in Richtung Shorts. Die machen dann bei TikTok nach. Ja, ja, genau. Du siehst doch schon alleine in den Trends, Bruder, was da angesagt ist. Ja, ja, ja. Und das ist halt hier auf Twitch anders. Ich finde kein normales Video. Die Leute, die hier auf Twitch-Leuten folgen, die sind halt wirklich, ähm, so, die gucken sich drei Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden Streams von einer Person rein, so, weißt du, wie ich meine? Das sind halt meistens auch Leute, die halt wirklich auch Interesse an den Menschen haben irgendwo, wa? Ja, dedicated. Yes, dedicated, Bruder. Yes, sir. Geil. Ey, hier war noch einer im Trend. English am Start. English it in, man. Ey, high FPS. English it out, man. Ey, ich werd jetzt, ich werd mal den, den high FPS einfach mal jetzt hochziehen, Digi. Und, äh, werd ihm mal ne Frage stellen lassen, Bro. Mach gerne. Okay, Bruder. Ähm, ja, Djemo, ey. Liebe geht raus an Djemo. Auf jeden Fall mal Herzen in den Chat rein für Djemo. Für die geile Arbeit und auch für die positiven Vibes, Digi. Ich hoffe, du hast schön gepumpt auch, Bro, ne? Ich küsse deine Herz. Digga, war voll, Digga. Das war so scheiße, aber du kennst ja, wenn man vor dem Ding, vor dem Gerät einfach wartet, man macht so diese Augenkontakt. Ja, 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 Digga, penetrant einfach. Ja, noch zwei Wiederhungen, zwei Wiederhungen mach ich noch. Du musst einfach hingehen, dein Handtuch hinlegen und sagen, ich mach mit jetzt. Ja, das auch, das geht auch. So einer bin ich, Digga, ich bin richtig eklig, Digga. Ja, Mann, Digga. Geil. Okay, dann. Okay, Mann. Bis später. Oder ich bleib im Chat, ich bleib im Chat. Ja, bleib im Chat, Bro. Djemo it out, man. Ich küsse deine Herz, Bro. Jo, 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 Jo. Hi, FPS. Bist du da? Hallo. Man hört dich nicht, Bro. Falls einer hier im Discord ist und irgendwie mit mir kurz quatschen will, dann kommt hier mal in irgendeinen Raum rein. Wenn ihr da seid, wenn ihr down seid. Und wenn ihr noch nicht down seid, dann ladet euch auf jeden Fall Discord runter. Und kommt da rein, Bruder, weil Discord ist Discord, weil Discord Discord ist, weil wir sind ja schon auf Discord, Bro. Weißt du? Ist auf jeden Fall eine wichtige Plattform hier. Dann können wir auch mal sowas wie Lovelock Seelsorge und so starten auch, weißt du? So, hi, FPS. Jo, was geht, Bro? Jo, Leon, da, mein Lieber? Was ist Cracking, Digga? Alles gut? Muss ich, ja. Sag mal. Warte mal kurz, lass mich mal erst mal, Bro, Digga, wir sind hier nicht so wie die anderen, Digga. Wir wollen auch erst mal wissen, was für ein Mensch da dahinter steckt und so ein Shit, Digga. Weißt du, ich meine, erst mal, wie ist denn dein Name, Bruder, und wie alt bist du? Ich bin Kevin, ich bin 30 Jahre alt, ich bin in Berlin, ich bin der Polizeibeamter. Ach, echt, ja? Ja. Pull it in, man. Krass, Digga. Fühl ich. Okay, hau raus, Bro. Was geht ab? Ja, so, ich wollte dich mal fragen. Du bist ja eine Weile jetzt außerhalb Deutschland gewesen. Hast du so irgendwas gelernt, so, wenn du jetzt das nächste Mal länger Deutschland verlässt, so, was du anders machen würdest? Gute Frage, Bro, gute Frage. Also, was ich als erstes in den Kopf bekomme, ist eigentlich so, dass ich nächstes Mal, wenn ich jetzt länger Deutschland verlassen würde, würde ich trotzdem hier irgendwie mir eine Basis behalten. Weißt du, dass ich hier irgendwo eine Basis habe, wo ich auch wieder hin zurückgehen kann, wo ich irgendwie meine Sachen auch unterstelle, etc. Weil, wo ich abgehauen bin, habe ich halt wirklich meine Wohnung aufgegeben, mein Auto abgegeben. Zum Glück habe ich mein Auto nur jemandem gegeben, dass ich es auch wieder zurücknehmen kann, so quasi. Aber Wohnung habe ich nicht mehr und ein paar Sachen habe ich auch verkauft und so. Und das würde ich jetzt so nicht mehr machen, weil ich für mich einfach realisiert habe, dass ich auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang im Jahr in Deutschland verbringen muss auch. Allein vom Gefühl her. Das wäre die erste Sache, die ich anders machen würde, ist nicht mehr sofort alles aufgeben, sondern erst mal, weißt du, würde ich so als Tipp jetzt an andere Leute, die irgendwie mal länger raus wollen oder so, schnuppert erst mal rein, verbringt eine gewisse Zeit lang, bevor ihr alles aufgibt, so mäßig, weißt du? Ja, Mann, fühle ich mich, Bruder. Das war das so. Und ansonsten, hast du dir überlegt, wie du jetzt trainierst, jetzt wo in Deutschland langsam alles mit Impfung ist? Ja, 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 ich habe da auf jeden Fall mir Gedanken drüber gemacht und ich habe da auch eine Art Lösung am Start, über die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit gerne reden würde. Okay, Bruder, alles gut. Weißt du, ich meine? Ja, viele sprechen. Aber ey, ich hätte jetzt auch mal eine Frage an dich, Bro. Du bist jetzt 30 Jahre alt und Polizist in Berlin, ja? Äh, seit vier Jahren. Seit vier Jahren? Was war so dein heftigstes Erlebnis bis jetzt? Ah, Bruder, viele, viele Sachen. Aber die sind ganz schön krass, glaube ich, für Twitch. Ist egal. Ah, echt? Also gibt es hier echt? Aber du berichtest ja nur von deiner Arbeit quasi, oder? Ist doch wie eine Dokumentation. Ja, gut, aber so die schlimmsten Sachen, die man so mitkriegt, so als Polizist, sind immer ein bisschen krass zu erzählen, ehrlich gesagt. Echt, ja? Ja, ich will auch niemanden hier verstören, ich will auch keine Weibies kaputt machen, weißt du, was ich meine? Ist das denn, ist das so persönliche Sachen so, oder ist das halt schon, also, wie ist das? Ja. Also Scheiße, die man mitkriegt einfach. Ja, ja, ach so. Und viele Verrückte, die einfach Scheiße machen, familiär, mit Kindern, mit, weißt du, was ich meine? Ich will nicht so viel darüber reden. Ja, ist krass, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du anspielst, Digga. So crazy Menschen einfach die Sachen machen, die so für uns eigentlich so gefühlt unter Menschen unwürdig sind. Ja, genau, richtig. Ja. Und so siehst du viel Scheiße halt einfach, ne? Mhm. Wirst du auch scheiße behandelt manchmal? Also, wie ist das so, wie ist das so als Polizist so? Kriegt man oft noch, also hast du oft diese Konfrontationen mit normalen Bürgern, die dann sagen so, ah, scheiß Bulle und so nicht scheiße? Oder wie ist das? Hm, ja, doch, gibt's schon, gibt's aber selten, muss ich sagen, gibt's jetzt nicht oft. Und wenn's das gibt, dann sind die so drei Straßen weiter und rufen von ganz hinten irgendwo. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, ihr Jungs in Berlin, ihr seid auch schon großteils echt cool, muss ich sagen, so. Irgendwie vom Gefühl her. Echt? Danke. Ja, ja. Also, ich hab auch schon die eine oder andere Scheiße erlebt, da hab ich ja auch mal ein Video drüber gemacht, auf Insta so. Aber, also, ich hab so viele junge, coole, Polizisten wie in Berlin, hab ich nirgendwo kennengelernt, Bro. Dankeschön, ich nehm das mal als Kompliment. Ich hoffe, das wird auch noch mehr. Es gibt immer, weißt du auch, man kann immer nicht alle überein Kamm schenken, es gibt immer solche und solche. Auch bei den Polizisten gibt's Idioten, Bastarde. Genauso wie es überall Idioten gibt, so weißt du, was ich meine? Ja, deswegen bin ich auch kein Fan von dieser ACAB allgemein und so, alle Bullen sind scheiße und dies, das, bla bla bla. Stimmt halt einfach nicht, Bro. Da sind halt voll viele coole Jungs dabei, die halt auch einfach nur ihren Job machen, Bro. Weißt du? Die wollen ja nicht mal was Böses. Dann gibt's halt ein paar Arschlöcher auch manchmal, so. Aber es ist halt überall so, ne? Du, und guck mal, selbst, guck mal, ich bin auch Polizist. Mich fuck das genauso ab, wenn ich von Blitze erwischt werde, weißt du? Und wenn ich wieder bezahlen muss. Das ist ganz normal. Ja, ja. Wir sind da auch nicht außen vor. Vergessen, glaub ich, auch manche, dass Mensch ist Mensch, so, ne? Nur weil du Polizist bist, bist du trotzdem noch einer von uns, so. Weißt du, ich weiß, was ist das? Weißt du, Digga, ich weiß, ja. Guck mal, du ziehst dir Leon Lovelock rein, Digga, auf Stream-Basis, so. Hätte man jetzt wahrscheinlich auch nicht erwartet, weißt du? Dein Lied im Funkwagen, Digga, jeden Tag. Echt? Ja, geil, Digga. Mach mal Story, Digga, markier mal. Safe, mach ich, Digga. Geil. Okay, Mann, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. Korrekt, dass du da warst. Ja. Und, ähm, ja, berichte mal im Chat, Digga, wie es läuft. Mach ich mal, vielleicht hören wir es mal, ne? Ja, safe, Brudi. Bis da, mach's gut. Ciao, ciao. Yes, sir, Digga, geil. Einfach ein Polizist am Start.